Musik Long Hot Summer Die ersten 8 Schritte Wir machen ein Chassé nach rechts Den rechten Fuß zur Seite, den linken ran, den rechten Fuß zur Seite Jetzt machen wir eine halbe Linksdrehung Setzen den linken Fuß links ab Und den rechten Fuß neben den linken absetzen Jetzt folgt wieder ein Chassé nach links Den linken zur Seite, den rechten ran, den linken zur Seite Und ein Rockback mit rechts Den rechten Fuß nach hinten, das Gewicht wechseln und zurück Und alles von vorn 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Ich zeige diese Schritte noch einmal von dieser Seite 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Wir machen jetzt ein Shuffle vorwärts mit rechts Den rechten Fuß nach vorn, den linken ran, den rechten Fuß nach vorn Jetzt folgt ein Rock vorwärts mit links Den linken Fuß vorn absetzen, das Gewicht wechseln wieder zurück Und ein Shuffle mit einer halben Linksdrehung Wir machen die halbe Drehung nach links Setzen den linken Fuß vorn auf, den rechten ran Und den linken Fuß nach vorn Und zum Schluss noch eine ganze Drehung Wir setzen den rechten Fuß nach vorn Und machen auf dem rechten Fuß eine ganze Drehung links rum Und setzen den linken Fuß vorn ab Und diese 8 Schritte noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Und alles von vorn 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Jetzt folgt ein Kickball Point Wir kicken die rechte Fußspitze nach vorn Setzen den rechten Fuß Nehmen den linken wieder ab Und setzen die linke Fußspitze zur Seite Den linken Fuß an den rechten wieder ran Jetzt folgt ein Montori-Türm Die rechte Fußspitze rechts absetzen Den rechten Fuß an den linken wieder ran Und wenn wir den ran genommen haben Gleich eine halbe Drehung Die linke Fußspitze aufsetzen Und den linken Fuß an den rechten wieder ran Diese ersten Schritte erkläre ich noch einmal Das war jetzt der Ausgangspunkt 1 und 2 und 3, 4, 5, 6 Jetzt setzen wir die rechte Ferse vorne ab Den rechten Fuß an den linken wieder ran Die linke Fußspitze aufsetzen Dabei das Knie etwas nach innen drehen Dann machen wir eine halbe Drehung nach links Auf dem rechten Fuß Und kicken den linken Fuß nach vorn Die letzten Schritte noch einmal 1 und 2 und Ich zeige diese Schritte noch einmal von vorn Das war der Ausgangspunkt 1 und 2 und 3, 4, 5 und 6 und 7, 8 Und diese Schritte noch einmal von dieser Seite Damit man das besser sieht 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Und noch einmal 1 und 2 und 3, 4, 5 und 6 und 7, 8 Und alles von vorn 1 und 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8 1 und 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8 1 und 2 und 3, 4, 5 und 6 und 7, 8 Die letzten 8 Schritte Jetzt folgt ein Coaster Step mit links Den linken Fuß nach hinten Den rechten ran Und den linken Fuß über den rechten kreuzen Jetzt setzen wir den rechten Fuß nach rechts ab Den linken Fuß daneben Jetzt kreuzen wir den rechten Fuß hinter den linken Den linken Fuß zur Seite Den rechten drüber Den linken Fuß nach links Und den rechten Fuß kicken wir schräg über den linken Und damit man diese Schritte besser sieht Zeige ich die noch einmal von dieser Seite Das war der Ausgangspunkt 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Ich zeige das noch einmal 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Und alles von vorn 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 In diesem Tanz gibt es auch einige Brücken Wenn wir die Schritte zweimal getanzt haben Also zweimal 32 Schritte Kommen einmalig folgende Schritte hinzu Wir enden ja mit dem Tanz Dass wir den rechten Fuß gekreuzt über den linken halten Dann kommen diese vier Schritte hinzu Den rechten Fuß zur Seite absetzen Den linken Fuß über den rechten kreuzen Den linken Fuß wieder zur Seite Und noch einmal den rechten Fuß über den linken kreuzen Also 1, 2, 3, 4 Also Nach der zweiten Runde kommen diese Schritte hinzu Dann gibt es zwei weitere Brücken In der fünften und zehnten Runde Werden nur die ersten 10 Schritte getanzt Und dann wird abgebrochen und von vorn wieder angefangen Und diese 10 Schritte zeige ich noch einmal 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Und zum Schluss wird der linke Fuß neben den rechten aufgestampft So dass das Gewicht auf dem linken Fuß ist Und man kann dann von vorn wieder beginnen Und jetzt beginnt der Tanz von vorn nd also wird derparken Wie ist eine Möglichkeit für den Runde? Vielen Dank.